Oh, die Tiere und nix mehr. Bild. Ja. Was ist da drauf? Ähm, was war noch? Boah, was ich da finde noch? Ja. Legt man das ab. Sogar das mal. Müssen wir nicht da nennen, oder? Oder doch da noch. Ja. 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 So. Nicht gut. Ah, jetzt sind wir hier draußen. Okay. Hier haben wir keine Patte, oder? Aber jetzt glaube ich, da... Ich weiß, ob da nix rumliegt. Und wir arbeiten. Ach sooo. Oh, Mist. Ist wohl nicht der richtige Weg. Jetzt steht die Welt, hier ist das Laufruf. Na, da hat er da wo die Zambi zu was kommen. Oh, vergessen umzustellen. Und habe ich keine Lust. Ja, hier kann ich noch mal eins. Echt jetzt? Hä, wo ist der? Ja, hier kann ich noch mal eins. Ja, hier kann ich noch mal eins. Ja, hier kann ich noch eins kommen. Was geht beim Platz? Ja, hier kann ich noch eins kommen. Ja, hier kann ich noch mal eins. Ja, hier kann ich noch eins kommen. Oh, nicht gut, nicht gut. Ja, hier kann ich noch eins kommen. 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 Ja, jetzt sind wir gescheit mir. Aha, mich verwirrt auch nicht. Ja, hier kann ich noch eins kommen. Ja, hier kann ich noch eins kommen. Ja, hier kann ich noch eins kommen. Das muss das Waisenhaus sein. Okay. Halte durch, Sherry. Okay. Okay, das ist 8 Minuten. Okay. 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 Ich habe den Anhänger! Deine Schuld! Zu trödlich! Was ist hier? Oh Gott! Verdammt, William! Oh mein Gott! Ach du Scheiße! Okay, da muss ich speicheln. Da geht es runter. Sonst gibt es hier nichts, oder? Ne, sonst wäre er runter da ein Zeichen. Sherry? Sherry, wo bist du? Claire! Sherry! Ich bin gleich da! Ah! Los, los, los! Claire! Erst hinter dir! Nicht anhalten! Schnell! Lauf weiter! Sherry, komm! Schocken! Daddy! Watakzu! Oh no! Daddy, nein! Oh, das ist toll! Claire, geht es dir gut? Hörst du mich? Claire? Claire, du musst aufstehen! Er wird uns kriegen! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Öffne die Augen! Halt still! Nicht infiziert! Passt zu... Sherry? Wo ist Sherry? Sherry... Sherry geht's gut! Sie kennen Sherry? War ein beeindruckender Kraftakt! Was ist mit ihr? Wir müssen die Lager einschätzen! Wer sind sie? Ich bin Claire! War nicht vorher zu sehen! Sagen sie mir! Wo ist sie? Hallo? Was? Oh! Annette! Sag mir! Was ist mit William? Ich weiß nicht! Wer... Wer ist das? Die Kreatur, die das hier verursacht hat! Was? Helfen sie mir, Sherry zu finden? Scheint sich viel schneller zu entwickeln, als erwartet! Wo gehen sie hin? Hör zu! Für Fragespielchen habe ich keine Zeit! Alles ist unter Kontrolle! Ich muss Sherry finden! Meine Tochter geht dich nichts an! Alles doch! Berück dich halt! Okay... Ich muss sie hinein! Aber ich muss siehe... Oder noch besser blockchain... Was ist deine Brüder? Ich muss siehe. Ich muss siehe. Sherry ist ihre Tochter? Das kann man auch wegzahlen... Halt, hier halten wir mal... Ich warte mal, finde ich doch... Ich warte mal, finde ich... Ich warte mal, finde ich... Dann machen wir hier jetzt auch erstmal Cut... Ich warte mal... Ich warte mal... Ich warte mal... Ich warte mal... Ich warte mal...